Wunderschönen guten Abend Herzlich willkommen zu dieser Aufzeichnung Wir haben leider ein bisschen technische Probleme Aber wir wollen euch trotzdem Die Sendung mit dem DJ Altstettenen Pfarr enthalten Er ist heute unser Gastleser Und erzählt euch jetzt etwas Und ich gehe in dieser Zeit ein bisschen gut chillen Und danach gibt es dann einen Gute Nachtsong Hallo Weil wir nicht live sind Und weil wir technische Probleme haben Machen wir ein bisschen schneller Ich lese ein bisschen schneller und ein bisschen weniger Damit das alles schnell vonstatten geht Ich lese aus Walter Serna Letzte Lockerung Ein Handbrevier für Hochstapler Und solche, die es werden wollen Zur Vorbereitung Man nehme vor der Lektüre ein kurzes, lauwarmes Bad Ruhe eine halbe Stunde Gehe hier auf im Abendanzug in ein renommiertes Restaurant Und lasse folgendes Diné servieren Kaffee und Liköre nehme man jedoch nur Dann im Restaurant Falls man ungestört sitzt Andernfalls suche man sich eine stille Ecke In einem Café oder einer Bar Und bestelle außerdem gleichzeitig Einen Grand Manier Rubin Rouge Oder Serizé Jubilé Die man so lange unberührt stehen lasse Bis das Zeichen zum Konsum gegeben wird Hierauf entzünde man Sich sein Lieblingsrauchwerk Und beginne mit der Lektüre Nach jedem Fragment Pausiere man drei Minuten Trinke ein wenig und rauche Nach jedem der sechs Abschnitte Lege man das Buch fünf Minuten aus der Hand Und blicke auf den Plafond Die Lektüre des ersten Teils Dürfte nicht mehr als eine Stunde beanspruchen Und einen Zustand außerordentlicher Unternehmungslust verursachen Man folge dieser nur insoweit Als man das Lokal wechsle und warte Mit der Verwendung ihres wichtigeren Restes Klammer Dame Bis das Zeichen dazu gegeben wird Jeder, der durch Eltern, Fibel, Bibel und Bonzen Mühselig ist und mit Minusgefühlen beladen Deshalb nicht nur in hitzigen Nachtstunden davon träumt Jenes tyrannische Pakt zu stäupen Sondern auch voll grimmiger Fantasien darin schwelgt Glücksritter seines Leibes zu werden Und des Lebens Spare Monate lang Wenn es anders wie nicht zu erreichen sein sollte Und vor der Lektüre jenes Dinär sich servieren lassen Und falls er über keine Dame gebietet Sich eine kaufen zu können Wer dieser vorgeschriebenen Vorbereitung zuwider handelt Wird die Wirkung dieses Buches sich so schmälern Dass dessen Zweck ihn für immer aufzulockern Und zu dem zu machen, was er im Grunde ist Verfehlt werden dürfte Wird er aber erreicht So wird dieses Prévier Das erste Abenteuer gewesen sein Und fortan von einem zum anderen führen Von Stadt zu Stadt Von Land zu Land Jene, die längst solchen Weges dahin ziehen Mögen gleichwohl diese Lektüre nicht verachten Noch die vorgeschriebene Vorbereitung Ein kraftvolles Zusammenströmen Alles dessens, was des Körpers und des Hirnes ist Wird die Lust zu neuen Taten stärken Erstes Motto Jeder sein eigener Papst Zweitens Motto Non, je ne marche pas Non, je ne marche pas Mais, chire peut-être à Canada Chilosa Drittens Motto Ihr Name tut nichts zur Sache Aber wie heißt du, heiß Geliebte? Viertens Motto Die Kunstkuhhe ging so lange zum Brunnen Bis ich ihr hinter die Ohren brach Fünftens Motto Que les chiens sont heureux Ils se... Punkt, Punkt, Punkt Punkt, 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 Punkt Ils... Punkt, 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 Punkt Entre eux Que les chiens sont heureux Ami, ami Sechstens Motto Zwei Sparren zwischen den Beinen, eine Pfauenfeder am Mast, so geht er, es ist zum Weinen und mit Gelinder hast, wer? Der Pack Siebtens Motto Grips muss man haben, stark muss man sein Erstens Erstens Um einen Feuerball rast eine Kotkugel, auf der Damenseidenstrümpfe verkauft und Gougasins besprochen werden Ein Fürwahr überaus betrüblicher Aspekt, der aber immerhin ein wenig unterschiedlich ist Seidenstrümpfe können genossen werden, Gougas nicht Bernheim als taschenspielender Biologe zu imaginieren Die tausend Kleingehirn-Rasters, öderster Observanz, welche erigierten Bourgeoisie-Zeigefingern ästhetisches Servieren, opastoses Gepinkel Um Expressionen zu fixen, haben dieserhalb Verwahrlosung angerichtet, die noch heute manche Dame zu kurz kommen lassen Man reflektiere drei Minuten über die Psychose schlecht behandelter Optik, klinisches Symptom primär Unterschätzung der Damenseidenstrümpfe, sekundär, Verdauungsbeschwerden Zweitens Was dürfte das erste Gehirn, das auf den Globus geriet, getan haben? Vermutlich erstaunte es über seine Anwesenheit und wusste mit sich und den schmutzigen Vehikel unter seinen Füßen nichts anzufangen Inzwischen hat man sich an das Gehirn gewöhnt, indem man es unwichtig nimmt, dass man es nicht einmal ignoriert Aus sich einen Raster gemacht, zuunterst Schaubudenbesitzer, zuoberst etwa Senatspräsident Und aus der mit Unrecht so beliebten Natur eine Kulisse für eine wahrhaftig sehr starkes Stück Dieser zweifellos nicht sonderlich heroische Ausweg aus einem immer noch nicht weitlich genug gewürdigten Dilemma ist zwar vollends reizlos geworden Seit er so absehbar ist, Klammer, wie blöde ist eine Personenwaage, Ausrufezeichen, Klammer zu, aber eben deshalb sehr geeignet, gewisse Proteduren vorzunehmen 3. Auch einem Lokomotivführer fällt es jährlich wenigstens einmal ein, dass seine Beziehungen zur Lokomotive durchaus nicht zwingend sind Und er von seinem Ehegespons nicht viel mehr weiß, als nach jener warmen Nacht im Bois Klammer auf Hätte ich La Villette genannt oder die Theresienwiese, so wären beide beziehungsweise gänzlich illusorisch Fingerzeitig für Habilitanten Über topografische Anatomie, psychischen Laufwechsel, Luftwechsel und Verwandtes, Klammer zu Im Hotel Ronseret oder im Piccadilly kommt es hingegen bereits vor, dass es verteufelt unklar wird, warum man jetzt gerade auf seine Hand glotzt und trillert Sich kratzt, hört und seinen Speichel liebt Diesem scheinbar so friedlichen Exempel ist die Möglichkeit, das penetrante Gefühl der Langeweile zu einem Gedanken über ihre Ursache sich empor tut am dicksten Solch ein lieblicher Moment arrangiert den Desperado, Klammer auf, oh was für ein Süßer, Klammer zu Der als Prophet, Künstler, Anarchist, Staatsmann etc. kurz als Rasterunfug treibt Wie sieht es denn aus? Sind wir schon fünf Minuten über der Zeit? Soll ich noch den vierten Punkt vorlesen? Also den vierten Punkt lesen wir noch vor Napoleon, ein doch wirklich tüchtiger Junge Behauptete unverantwortlicherweise, der wahre Beruf des Menschen sei, den Acker zu bestellen Wieso? Fiel ein Pflug vom Himmel Wieso? Fiel ein Pflug vom Himmel Aber etwas hat der Homo doch mitbekommen Supponiere ich mit einer liebesunternährten Damenstimme Nun, jedenfalls nicht das Ackern Und Kräuter und Früchte sind schließlich auch schon damals da gewesen Klammer auf, bitte hier bei den deutschen Biogeneten nachzulesen, warum ich Unrecht habe, Punkt Es wird jedoch sehr lange weilen, deshalb habe ich Recht So hin also, auch Napoleon, der ansonsten sehr erfreulich frische Hemmungslosigkeit äußerte, war streckenweise Stimmungsathlet Schade Schade Sehr schade So, das war es auch schon mit dem kurzen Ausflug in den Giershübeln Ja Danke vielmal DJ Altstetten Ich habe auch oft die Nuss bekommen Es gibt jetzt noch einen Gute Nacht Song, der mindestens so gut war wie die Sendung heute So, ich und wir verabschieden uns, morgen habe ich wieder einen Gastlesser, nämlich den Sebastian23 von meinem Studio aus, ich hoffe es funktioniert dann wieder alles Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein paar auf die Nüsse Ein paar auf die Nüsse